Woher habt ihr den? Da jetzt! Switch! Switch Prime! Wir müssen an der Insel da vorbei! Bitte nach rechts! Tanz Kevin! Den Kevin gefällt wie der Kevin-Tanz! Jawoll! Geht voll ab, Alter! Dann direkt wieder links nach der Insel Ah, jetzt wo ich den Affen so betrachte Weißt du, was ich gern hätte? So'n Papagei auf der Schulter Gibt's auch! Echt! Aber ich weiß nicht, ob man die nur im Premium-Shop kriegt, das weiß ich nicht Oder muss man die fangen? Ah, ich hab schon welche rumfliegen sehen Oh, wo ist Kevin hin? Wer rennt denn hinterher? Überbar gestorben Der rennt mir mal, ich hab noch einen Arm Ah Setz ihn einfach ab, dann rennt der hier rum Kevin, der ist tot! Haha! Kevin ist vom Heil gefressen! Kevin! Kevin! So, jetzt kannst du nach links, Chris Kevin! Voller Karaho Wir müssen uns jetzt mal unterhalten, wir gehen mal in die Kajoute Oder? Halt mir auf den Affen zu vergewaltigen Vielleicht voller Karaho, oder? So, Kevin! Ähm Falsche Seite Ne, wir müssen noch an der Insel vor uns vorbei Hä? Okay Das ist Snake Island Wo wir rauf zu fahren Da ein bisschen weiter nach rechts, Chris Ja, oder links Eigentlich links ist besser, wegen unten drunter langfahren Ja, wir fliegen ja so Wir sind ja sowieso Ey, da waren sau viele Trümmer gerade im Wasser, ne? Fässer und so Hinter uns aber schon Naja, zu spät Was ist das denn? Steven Spoils Spoilert doch bestimmt, ne? Das ist auch ein Händler Ja Was ist das für Ankerlicht? Ich will wissen, was es da gibt Ja, lass kurz mal gucken, oder? Drang Einem Abenteuer hat mich gepackt Oh lol, das ist Jäger Ruf des Jägers gibt's hier Irgendwas ganz anderes Wahrscheinlich genau für Dings und so Jagdmission Ja, hier Vielleicht für Den Hai Und einen Kraken Hm Ja, ah, der Typ hat eine Angel in der Hand Vielleicht ist das auch mit Angeln und so Kann man auch sein Get on your way, man Guck die ganze Zeit YouTube irgendwas Na Ah, das ist hier der Seefahrer-Rang Den schaltet man hier Also levelt man hier Indem man Megalodons und so töten Megalodons? Die wir vorhin schon mal hatten Ach, das hört man auch Schön weiter, bin an Deck Jo, hol den Anker hoch Ey, warte mal Hol den Anker hoch Ey, warte mal Ey, warte mal Alter Nein Wer soll euch denn noch bekochen? Du warst doch ein toller Matrose, Kevin Hau rein Alter, wir haben dich gegen den Affen getauscht Alter Wow, weg ist er Guck, da ist er denn Da ist die Wagenfrau Ne Schweine Ja Wo müssen wir hin? Rechts auf der Welt Ich koche euch nie wieder Hackebrötchen Was? Hackebrötchen? Ich kack nach genau Westen, Chris Westen Ach whatever, ich koche nie wieder für euch Ist das Insel hier? Wir müssen jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus Hackepeter, es riecht da kackig, Peter Hast du KIZ mal zitiert oder was? Nein, kennst du nicht alles, wird aus Hacke gemacht Ja doch Ja, Schweine Kevin, warum hast du das zugelassen? Und das Hackepeter wird kackig später Ja, ich hab Kevin seinen neuen Arbeitsplatz gezeigt Alles wird aus Hacke gemacht Moment mal, Pfanne? Kevin? Pfanne? Ich wollte ihn auch mal da reinsetzen Kann man jemand von Chicken Island sehen? Nö Kommen wir uns mal ein kleines Stück näher an die Insel, dann nach rechts Kevin, komm mal her Welcher? Was ist die? Stell dich mal auf die Planke Nee, oder? Warum will ich das hier herhalten? Geht das? Das geht doch nicht What the fuck? Hä? Was war das? Nicht schon wieder Ey, bleib stehen Was hast du gemacht? Kevin, soll ich dir, soll ich dir das Dings rausgeben? Der, nee Der hat mich mit der, der hat mich mit der Granate von der Planke gefeuert Lol Hier sieht irgendjemand was Weit wir noch ran müssen Aber jetzt seh ich's ein bisschen Das lohnt nicht Kommt gleich in die Meerjungfrau Ähm Irgendwie kommt sie nicht Aber ein Hai, ein Hai kommt Großer? Was für ein Hai? Ein kleiner Ei, wenn ich jetzt gefressen werde, nicht Töt euch alle Was war das Geballere, Alter? Das war Chris mit der, mit der Bombe Ja, sure Sure, sure Geht mir jemand an den Anker? Ja Gott, Gott, Gott Gott, Gott Ich hab ja nicht gesagt, dass du ankern sollst, aber okay Das ist mir doch egal Ja, Anker Ja Ja, keine Ahnung was ihr da macht Was du da machst Ankern, ankern Chicken Island Warum willst du denn hier schon ankern? Weil wir hier, südlich von Chicken Island ist es versunken Oder haben sie den Schatz abgeworfen Oder haben sie den Schatz abgeworfen Das heißt, es muss hier irgendwo sein Weil, weißt du, wir haben Totenkopf, Segel und Verbranntes Boot und Einhorn als Skaleonsfigur Ist geil Ich finde das echt geil Die Regenbogenflagge Wahrscheinlich das Ertrinken Ah, auf der anderen Seite Ja, da ist ein Hai bei dir Nicht ich, der Hai Oh, da ist ein Hai Kriegt man was, wenn man die tötet? Ja, da oben liegt Fleisch Ich hab ne Truhe Ah, das könnt ihr vielleicht abgeben Bei dem Seefrauere-Typ Ah, Hai-Fleisch Vorne glitzert noch was, das hole ich Ja, das war die richtige Truhe Ich hab sie Oh, war sie Totenkopf, Segel Fahrt einer Legende Wir müssen wieder auf ne Vulkaninsel, würde ich jetzt mal sagen Ciao, Kevin Arsch Alter Komm Okay Das ist ja doch ganz nett Oh oh Ja Chris verreckt dafür Fress ihn Jawoll Heib den Totenkopfschädel auf Was? Wie? Ja? Schwimmen wir weiter, ich spring da ab Alter, zwei Haie Ja, zwei Haie Ja, falle die doch weg Ich hatte einen Schädel in der Hand Ja, den holen wir gleich Ich hab mich umgedreht und auf einmal war da zwei Haie hinter mir Ja, das sind doch die kleinen, die auch von denen kamen, als wir den großen Auch keine Munition mehr Sind jetzt beide tot Ich hab dich Bruder, du Luder Da willst du das ein? Ja, Achtung Bleib stehen So, los geht's Aufmachen, oder was? Guck mal aufmachen, die Kiste Guck mal die aufmachen Ja, klar Dann mach Dann lass drin Skarabeos Irgendwas Glaubst du hast es? Ja, guck mal das Buch Also mach mal die nächste Seite im Buch Ja, hab ich Dann guck dir das mal an Das sind so fünf Inseln und drei Steine so schräg durch Ist so ähnlich Das könnte doch das hier sein, oder? Wenn dir das eigentlich alle mal anguckt Das Bild und dann hier drauf Ich weiß es nicht Ich versuch die Endlichkeit zu finden Was du damit meinst Mit hier, mit äh Guck mal, du hast so fünf Inseln Oder das ist so größere Punkt Eins, zwei, vier, fünf Hast du so drei kleine in der Linie Ja, aber das passt aber irgendwie nicht Ist jetzt nur meine Meinung Kann ja vielleicht falsch sein, aber Irgendwie passt das nicht so ganz, finde ich Aber es macht halt Du hast halt diese Punktierung nicht Naja, dann guck ich halt mal weiter Was hier in der Nähe ist Ich weiß es halt nicht Warte mal, die sind weiter Richtung Inselkette Das heißt, die waren nach Osten weiter Das ist Snake Island Hatten wir gesagt Ähm Ne, irgendwie nicht Glaub Also glaub ich hier Hier, warte mal Ja? Ne, 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 glaube ich Also kann ich mir nicht vorstellen Kann ich nochmal das sehen, wo wir jetzt hingehen? Da Ja, dann wird das Wo kann ich gleich noch was markieren? Gar nicht, solange ich die Kontrolle habe Ja, nimm Da werden die dann wahrscheinlich sein Das sind die Tränen Ja, entweder das Oder, zieht mal die Kontrolle Äh Chris könnte auch recht haben, dass das hier die Träne sein soll Von Ja, das könnte beides sein Lass uns, lass uns einfach erstmal an die Insel wo ihr wollt Ja doch, die hauen ab Rechts von uns, ja Äh, achso ja, aber vor uns ist die Insel wo wir hinwollen, direkt vor uns Ja, die haben zwei Schädel mindestens an Bord Habt ihr die mal aufblinken sehen? Die haben noch nicht mit dem Fernglas geguckt, ne? Ja, Fernglas sieht man aufblinken Ja, wie bei einer Snipe in Battlefield Ja, ja Immer noch krasser Jaja, jetzt weit links ziehen wir Ankern doch direkt Eigentlich Gute Frage Der Höhlen-Scarabeus versteckt sich in der Nähe der Tränen der Insel Also suchen wir einen Höhlen-Scarabeus Da ist der Captain Oh! Alter, ich dachte, das bist du Ein Feind, oder was? Ja Nice Float in folds of mid-night waters Cloaked in folds of mid-night waters Side by side we sons and daughters We set forth for no kings orders But we'll sail together Untertitelung des ZDF, 2020